hallo und herzlich willkommen bei love nails heute gibt es mal wieder eine neuvorstellung und zwar eine auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe wir haben nämlich neue cat eye pigmente und ich bin wirklich schock verliebt in diese pigmente ihr seht hier schon mal die fünf pigmente aufgetragen und ich werde sie euch jetzt gleich alle nacheinander auftragen und zeigen wie ihr damit am besten umgeht damit ihr die besten ergebnisse erzielt das beste ergebnis erzielt ihr eindeutig auf einem schwarz grundierten nagel da kommen einfach die farben und der effekt am allerbesten zur geltung wenn ihr euch diese pigmente holt empfehle ich euch holt euch dazu noch eine flasche quick finish denn die werdet ihr dafür auf jeden fall brauchen die pigmente werden nämlich in den flüssigen versiegler gegeben und da sollte es bitte auch versiegler ohne schwitzschicht sein da wir uns jetzt sozusagen damit unseren eigenen gelack kreieren und ganz ganz wichtig immer nur ein pinsel nähe mit dem ihr auch in glitzer arbeitet denn ein pinsel der vorher in den pigmenten war den kann man einfach für vollton farben dann vergessen also diese pigmente darin sind so fein damit versaut ihr euch jede vollton farbe und das wäre ja blöd so wir beginnen mit dem silbernen pigment bevor ihr diese tiegelchen öffnet klopft bitte einmal oben drauf und ein bisschen an den rändern damit sich das pigment in der mitte sammelt und jetzt seid nicht erschrocken schockiert oder womöglich gar sauer weil da so wenig drin ist das ist überhaupt kein problem man braucht nämlich auch nur ganz 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 wenig das ist so ergeblich diese menge ist sowas von ausreichend wahrscheinlich für die nächsten sechs jahre also keine panik nicht sauer sein das ist genau so wie es sein soll und das ist völlig normal da ist nichts verloren gegangen das ist einfach eine absolut ausreichende menge so dann beginne ich doch direkt mal mit dem quick finish das tragen wir einfach auf den schwarzen nagel auf und dann brauche ich meinen glitzer pinsel damit gehe ich direkt ins pigment und nehme hier so eine kleine menge auf so und seht ihr das ist fast alles was wir brauchen und darum reicht euch das ewig jetzt gut auf dem nagel verteilen und ihr seht auch schon dass diese pigmente schnell verschwimmen ich nehme doch noch mal ganz ganz mini bisschen seht ihr das wie sie schnell weglaufen und aus diesem grund habe ich die stablampe hier liegen ich glaube fast jeder hat ja im moment oder ja neuerdings so eine lampe zu hause liegen und die ist hierfür absolut super ich halte jetzt meinen magneten hier drüber und zeitgleich einfach mal kurz die lampe damit mir die pigmente nicht wieder verschwimmen sobald ich den magneten hoch nehme den fehler habe ich nämlich die ersten male gemacht ich habe mich daran gedacht dass die pigmente ja einfach lose in dem gel rumschwimmen und wenn ich den magneten dann weg nehme zack dann ziehe ich die pigmente wieder mit hoch und das wollte ich eigentlich gar nicht also dachte ich mir hätte ich die doch einfach direkt an wenn ich den magneten drüber halte und das klappt einfach wunderbar so und jetzt gebe ich das ganze noch mal in die lampe und lasse es 120 sekunden aushärten das ist wirklich wichtig 120 sekunden denn die dichte des gels hat sich durch die pigmente ein bisschen verändert und es braucht einfach die doppelte aus aushärtungszeit und anschließend werde ich das ganze noch mal versiegeln so hier habe ich schon versiegler aufgetragen jetzt nehme ich mir wieder ein bisschen was von dem pigment und gebe es hier auf den nasel und seht ihr das ist eigentlich total wenig pigment und trotzdem fällt mir hier vom pinsel verrückt gut also auftragen wenn ihr das am echten finger macht funktioniert es ja ganz genauso wenn ihr keine stab lampe habt dann stellt einfach eure normale uv lampe an und stellt sie vielleicht so ein bisschen auf und haltet das dann so ein bisschen davor es muss ja nicht direkt unter der lampe passieren soll hier sieht man gut wie sie verschwimmen die pigmente und jetzt kommen sie wieder zurück ich will das hier so ein bisschen seitlich haben und ich halte direkt die lampe dran damit mir das nicht abhaut wenn ich den magneten weg nehme so und jetzt gebe ich es wieder direkt in die lampe für 120 sekunden so ich nehme das nächste pigment und gerade während ich das hier alles so gemacht habe ist mir etwas etwas auf und eingefallen ich habe diese ganzen nägel immer auf dieser metall platte gemacht die ja magnetisch ist und habe mir dann gerade mal so gedacht vielleicht trägt ihr ja auch ihren teil dazu bei dass das pigment so ein bisschen verschwimmt noch bevor ich den magneten ansätze und ich lasse die platte jetzt einfach mal weg und stelle den tipp so hin es kann ja wirklich sein dass dieses pigment tatsächlich so krass empfindlich ist dass das schon ausreicht werden wir gleich mal sehen so wieder ein bisschen seitlich und die lampe also diese methode funktioniert wirklich hervorragend da ziehe ich nichts von den pigmenten mehr weg und es bleibt alles da so wie es sein sollte und wie gesagt wenn ihr keine stab lampe habt dann macht das einfach direkt vor eure uv lampe und stellt sie an das sollte eigentlich auch schon reichen dass das so ein bisschen fixiert ist jetzt bleibt da auch alles an ort und stelle und jetzt nochmal in die lampe so jetzt kommen wir zur letzten farbe und wieder derselbe ablauf ihr habt es ja jetzt schon ein paar mal gesehen so pinsel in sicherheit bringen magnet schnappen lampe bereit halten und fixieren und dann dachte ich mir gerade mich würde brennend interessieren wie das ganze in matt aussieht ich glaube ich versiegelt diese nägel jetzt mal matt einfach mal gucken was passiert ob der das gesehen der magnet ist so stark hat diesen ganzen tipp gerade bewegt weil ich zu nah dran gegangen bin aber bevor ich matt versiegelt zeige ich euch natürlich alle nochmal schnell in glänzend jetzt könnt ihr noch einen letzten blick auf die glänzenden nägel werfen und seht ihr dass drei pigmente davon auch so einen doppelten farbeffekt haben eigentlich sogar vier hier sieht man es nur nicht so gut hier ist nämlich noch so ein blau schimmer dabei blau und ich würde es türkis nennen hier hat man türkis und lila hier hat man lila und ja ich würde sagen irgendwie so blau silber ist silber und hier ist pink und orange würde ich jetzt sagen und die effekte sind einfach mega oder das leuchtet richtig 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 gut und jetzt wage ich es und versiegle alle fünf matt jetzt seht ihr euch in matt an natürlich knallen die farben dann nicht ganz so aber ich finde trotzdem dass es richtig richtig cool aussieht ich habe ja sofort die vision oder das verlangen und den drang da jetzt so ein paar sterne drauf zu malen ich glaube ich mache das jetzt auch mal bei einem nagel und dann haben wir eine matte galaxie ich bin gleich wieder zurück und habe dann ein paar sternchen gemalt ich kann euch sagen dass ich nicht übertrieben habe als ich gesagt habe ich hatte diesen drang das zu machen es war wirklich so ich hatte das kaum unter kontrolle und ich finde es ist echt mega das gefällt mir richtig gut und es wird auch garantiert auf glänzenden nägeln richtig toll aussehen weil die farben dann nochmal viel viel mehr knallen aber so ist es doch schon echt ein richtiges highlight wenn man das auf dem finger trägt so jetzt genug von meinem gefasel auf auf in den shop und cat eye pigmente gekauft plus quick finish und dann wünsche ich euch ganz 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 viel spaß beim kreieren von wunderbaren katzenaugen galaxien oder einfach ganz normalen cat eye effekten also bis zum nächsten mal macht's gut tschüss bis zum nächsten mal